Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Theo Evermann und der Wilhelm Evermann. Heute bin ich geschmacklich in Deutschland, beziehungsweise ich bin es auch physisch, ja, ich lebe ja hier in Deutschland, aber ich bin zumindest geschmacklich im Schwarzwald und habe zwei Whiskys hier, die nennen sich Evermann. Die kommen aus der Brennerei Bimmerle, die im Schwarzwald liegt und der eine oder andere wird mit dem Namen Bimmerle nichts anfangen können, ist aber tatsächlich eine sehr, sehr große Brennerei, die verschiedenste Spirituosen produziert, Obstbrände, vor allem auch Gin, also vielleicht kennt der eine oder andere den Needle Gin, der kommt aus der Brennerei Bimmerle. Seit einigen Jahren liegt der Fokus und auch zu einem sehr großen Anteil auf dem Thema Whisky, der wird mittlerweile dort bei Bimmerle auch produziert und jetzt mittlerweile auch in die Flasche gefüllt als zwei dreijährige Abfüllung mit dem Namen Evermann. Der Theo Evermann ist ein Blended Whisky, der Wilhelm Evermann ist ein Single Malt Whisky. Beide habe ich heute hier, weil sie mich durchaus interessiert haben. Ich bin zuletzt darauf aufmerksam gemacht worden, habe dann auch mal ein bisschen im Internet recherchiert, was es mit diesen Abfüllungen auf sich hat und habe dann auch mal geschaut, was die kosten. Und die Preise für die beiden Whiskys, die haben mich dann doch sehr, sehr hellhörig gemacht. Deswegen habe ich sie heute hier und werde sie mal verkosten. Beide Whiskys sind in Deutschland hergestellt und in 0,7 Liter abgefüllt, auch wenn es jetzt nicht so aussieht hier im Video. Die linke Flasche ist vom Inhalt her genauso groß wie die rechte Flasche. Die rechte Flasche hat allerdings einen deutlich höheren Glasboden, deswegen liegt die so ein bisschen wuchtiger, ist beides aber 0,7. Der Theo Evermann ist ein Blended Whisky, das heißt, er ist aus Gerstenmalz hergestellt und auch aus anderen Getreidesorten. Beide wurden aber zweifach destilliert und in vier verschiedenen Fasstypen gereift. Die stehen auch hinten auf dem Etikett mit drauf. Hier ist beispielsweise frische Eiche aus Deutschland mit am Start. Hier ist frische Eiche aus Amerika mit am Start. Hier sind Ex-Bourbon-Fässer mit dabei und die vierte Fasskomponente, Akazie. Hat man nicht oft. Die Schotten dürfen es nicht verwenden. In Schottland darf man nur Eiche zur Reifung verwenden. In Deutschland ist es von der Gesetzhebung ein bisschen entspannter als in anderen Ländern. Das muss man in Deutschland auch erstmal behaupten können. In Deutschland kannst du ein Fass aus allen Hölzern bauen, die sich dazu eignen und die im Nachgang auch dicht sind. Und Akazie ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Holz, das hier mit drin ist. Also frische deutsche Eiche, frische amerikanische Eiche, Ex-Bourbon und frische Akazie. Was ich interessant finde, hier vorne auf dem Etikett, obwohl es ein deutscher Whisky ist, steht alles auf Englisch drauf. Aber wenn man es dreht und liest sich die Fasstypen durch, steht alles auf Deutsch drauf. Also entweder mache ich Englisch oder ich mache Deutsch. Aber weil es ein deutscher Whisky ist und ich würde mal sagen, die Hauptzielgruppe für diesen Whisky sind deutschsprachige Menschen, würde ich es einheitlich Deutsch halten. Also mal so als kleine Empfehlung von mir. Flasche ist aber echt hübsch. Also die ist wirklich wertig und vor allem auch schwer. Ich weiß nicht genau, was das hier auf dem Glas sein soll. Ich würde mal sagen, das sind Tannen, weil das sieht man auch hier auf dem Korken. Aber die Flasche ist wirklich hübsch. 40 Volumenprozente nicht gefärbt, aber ich gehe mal von einer Kühlfilterung aus, weil er ist klar in der Flasche. Ist klar. Ja, was kostet er? 20 Euro. Ansage. Dunkles Gold. Ich bin mal gespannt. Also klar, frische deutsche Eiche kenne ich. Frische amerikanische Weißeiche kenne ich. Experten, na klar, kenne ich. Akazie? Cool. Und es ist auch so ein bisschen die deutsche DNA. Also ich finde, der deutsche Whisky ist von allen auf der Welt, so weit wage ich mich jetzt mal voraus, der experimentierfreudigste. Sei es über die verschiedenen Getreidesorten, über die verschiedenen Arten der Destillation, über die verschiedenen Arten der Fassreifung der Hölze. Und ich finde es schön, dass es hier spielen. Wirklich. So. Der Blend. 20 Euro. Ist auf jeden Fall eine Ansage für einen deutschen Whisky. Sehr kompakt getreidig. Wie wenn du in so ein Getreidesilo reinriechst. Hast du aber auch so ein bisschen was Süßliches, was Kräutriges. Also der riecht wie so ein getreidiges Ricola. So könnte man es zusammenfassen. Yo. On point. Sehr mild. Sehr leicht. Sehr weich. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der überhaupt keine Jugend zeigt in der Nase. Also ich meine, der ist lächerliche drei Jahre alt. Jeder Whisky hat da noch so ein bisschen was Jugendliches mit drin. Der nicht. Ich meine, man muss sich bei der Reifung eines Whiskys und später auch bei der Abfüllung innerhalb des Fasses Gedanken machen über die additive Reifung. Was kriegt der Whisky über die drei Jahre vom Fass? Aber auch über die subtraktive Reifung. Was gibt das Destillat an Schärfe vor allem über die drei Jahre ab? Ein Whisky kann schon über das passende Fass extrem viel aufnehmen in den drei Jahren. Aber das Fass muss auch dementsprechend dem Whisky über die drei Jahre auch was nehmen. Und jeder dreijährige Whisky hat noch so ein bisschen was Jugendliches drin. Das hat der überhaupt nicht. Ich glaube, in der Blindverkostung hätte ich den deutlich älter getippt, weil er unfassbar weich und rund ist. Er ist mild und einfach, ja. Aber er ist unfassbar rund. Jetzt, je länger ich dran rieche, entwickelt er so eine aromatische, bisschen Baumharz-Nadelholz. Also hier ist keine Tanne als Holz mit drin, was man meinen könnte wegen Schwarzwald und dieser Flasche. Aber er erinnert mich so ein bisschen an Baumharz und an Nadelholz. Und das ist mit Sicherheit der Einfluss der Akazie. Aber es ist auch eine schöne malzige Note da, eine getreidige Note. Eine gewisse kräuterige Süße ist mit da. Ist aber eine einfache Geschichte. Also ich könnte mir den auch ganz gut in einem Drink vorstellen. Ganz einfach, weil er so gewisse Ecken und Kanten hat, in Anführungsstrichen, die ihn im Drink spezieller machen. Also so ein Schwarzwald-Sauer, das wäre immer ganz nice. Prost. Auf der Zunge ist sehr Getreide betont. Bisschen geröstetes Getreide. Süße. Traubenzuckrig. Kräuter mit dabei. Ein bisschen herb. Hinten raus sehr Kräuter betont. Und herber. Also der legt Getreide betont und süß los. Dann setzen die Kräuter ein, dann setzt die Herbe ein. Und das übernimmt auch im Abgang, Richtung Abgang, der verhältnismäßig kurz ist, ist er sehr kräuterbetont und herb. So wirklich Küchenkräuter, Küchengewürze, so in die Richtung geht es mit einer gewissen Getreideladung. Die hat aber so einen trockenen Touch. Ganz, 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 ganz zarte Süße da. Also es ist eine einfache Geschichte, aber wer noch nie einen deutschen Whisky im Glas hatte und will nur 20 Euro ausgeben, was per se schon mal fast unmöglich ist, nö, hier kriegt man es. Das ist auch ein schöner. Interessant. Und ich finde, obwohl hier drei frische Hölzer drin sind, ist er nicht too much von der Holzfracht. Ich finde den sowas von ausgewogen. Klar könnte er komplexer sein, aber er ist drei Jahre alt. Und für das haben sie ihn echt gut hingekriegt. Jo, also wirklich Cerealienpackung in your face. Eine gewisse Trockenheit vom Getreide da, aber dann löst die Süße die Trockenheit ab. Es kommen leichte Kräuter mit dazu. Es kommt eine leichte Herbe mit dazu. Klingt auch so aus auf der Zunge. Mix aus kräuterig und herb. Vielleicht bitte einfache Geschichte, aber nice. Für 20 Euro. So, mal schnell mit einem Needle Gin gespült, ne. Ja, der Single Malt Whisky. Auf den freue ich mich ja mit am meisten, ne. Also die Flasche, wie gesagt, vom Gebinde 0,7 Liter ist identisch. Der Glasboden hier ist viel dicker. Das lässt die ganze Flasche wuchtiger und größer wirken. Hier sind sie völlig eskaliert. Zum einen bei der Optik. Hier ist noch so ein goldener Metallring mit außenrum. Und auch von der Fasszusammensetzung. Also das hier ist der Wilhelm Ebbermann. Der Single Malt Whisky aus der Brennerei Bimmerle. Der ist nur aus Gerstenmalz zweifach destilliert und reifte tatsächlich in sieben verschiedenen Fasstypen. Krass. Also ich glaube, ich habe noch keinen Whisky im Glas in meinem ganzen Leben. Und ich hatte schon zwei, drei. Der in sieben verschiedenen Fasstypen reifte. Bin ich pauschal immer so ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite denke ich mir, die müssen sich ja irgendwas dabei gedacht haben, dass sie das so machen. Und vor allem waren von diesen sieben vier frisch, also unbenutzte Fässer. Also, auch hier ist die frische deutsche Eiche mit drin. Auch hier ist die frische amerikanische Eiche mit drin. Auch hier ist die Akazie mit drin. Allerdings ist hier noch als frischer Holztyp Kastanie mit dabei. Hier sind Ex-Bourbonfässer mit drin. Hier sind Ex-Cherryfässer mit drin. Und hier sind Ex-Süßweinfässer mit drin. Also ein Potpourri an Fasstypen. Unglaublich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der schmeckt. Also die Flasche ist echt geistesgangsschwer. Die wiegt ja gefühlt 2 Kilo, ne? Hier gibt es auch zwei Volumenprozente Alkohol mehr. 42 Volumenprozente. Auch der nicht gefärbt. Aber meines Wissens Köhle filtert und kostet. Könnt ihr mal tippen. Ein 3 Jahre alter deutscher Whisky. Single Malt Whisky. Aus 7 verschiedenen Fasstypen in 0,7. Also das sind ja Preise von 60, 70, 80 Euro nicht untypisch. Der kostet 33. Deswegen bin ich drauf aufmerksam geworden, ne? Also das sind mal vernünftige Preise für deutsche Single Malt Whiskys oder deutsche Whiskys an sich, ne? Bernstein. Sieben verschiedene Fasstypen. Ich bin echt gespannt, ne? Ich habe 2 Jahre fast bei St. Kilian gearbeitet. Vielleicht kennt ihr diese deutsche Whiskybrennerei. Die haben ja auch unfassbar viele verschiedene Fasstypen bei sich in den Lagerhäusern liegen. Und darunter auch viele verschiedene Hölzer. Also neben deutscher Eiche oder amerikanischer Eiche oder allgemein französischer, europäischer Eiche liegen da auch andere Hölzer wie Kastanie, Akazie, Zeder, Buche, Maulbeerbaumholz, Kirschbaumholz. Also verrückte Sachen. Aber es ist interessant, denn, ja, kann man sich so nicht vorstellen, wie so ein Whisky aus so einem Maulbeerbaumholzfass schmeckt. Aber wenn man es sich ausprobiert, dann weiß man es halt nicht, ne? Und da liegen tolle Sachen. Also was St. Kilian betrifft, in Bezug auf die frischen Fässer, die Experimentierfreude, da kann man mit Sicherheit noch auf die ein oder andere Apfelung gespannt sein. Ich liebe Kastanie als Fass. Also nach der Eiche ist Kastanie mein Favorite. Die ist ja auch hier mit drin, aber leider Gottes nur zu einem ganz, ganz geringen Anteil. Aber schauen wir mal. Der ist genauso mild und genauso leicht wie der Blend, aber viel feiner von der Textur. Citrus ist mit dabei. Aber auch hier so eine leichte Kräuternote, eine leichte Gewürznote, eine leichte Malznote, aber unfassbar fein von der Struktur. Minze. Also ich weiß nicht, hätte man mir den blind eingeschenkt, ich hätte A nicht gewusst, wo ich den hinlegen soll. Und B hätte ich nicht gesagt, der wäre nur drei Jahre alt. Der ist so fein und weich und leicht. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, das wäre irgendein verrückter Irre, dreifach destilliert, acht bis zehn Jahre alt, weil er mir einfach so fein vorkommt. Also der steht von der Milde und von der Feinheit und von der Textur so einer Buschmilz-Szene nichts nach, obwohl er nur drei Jahre alt ist. Und schön ausbalanciert. Ist auch nicht komplex, er ist einfach, ja. Also ich will die Whiskys hier jetzt nicht über den Klee loben. Es sind milde und einfache Geschichten, aber man muss halt auch erst mal nach drei Jahren so was hinkriegen. Dafür sind sie schon outstanding, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn sie nicht wirklich komplex sind. Schöner Mix aus Getreide, Würze, Kräutern, leichter Süße und die Frucht, die ich nicht greifen kann. Aber auch der hat so ein bisschen dieses Nadelhölzerne. Scheint Brennerei-Karte zu sein. Bastian Schwarzwald. Prost. Malzig, bisschen Stroh und Heu als Assoziation. So eine süße Würze, so ein bisschen wie Paprika edelsüß. Auch hier kommen die Kräuter mit dazu. Es wird hinten raus trockener. Es kommt eine leichte Holzfracht mit dazu. Walnuss. Und dann nochmal die Kräuter, ziemlich stark in Kombination mit dem Gewürz. Also die Whiskys sind sich von der Grund-DNA schon sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich halt einfach in ihrer Feinheit, in ihrer Tiefe. Der Blend ist ein klassischer Blend, ist easy going. Der Single Malt hat schon für seine Verhältnisse mehr Tiefe, bleibt aber trotzdem ein einfacher und milder und entspannter. Aber gefällt mir jetzt deutlich besser, weil er einfach vielschichtiger ist und auf der Zunge einfach, in Anführungsstrichen, einen hochwertigeren Touch hat. Es ist einfach ein Single Malt Whisky. Punkt. Das andere ist ein Blend. Punkt. Aber schön. Also es wird jetzt stärker, dieses süße Gewürz, dieses Paprika-Edel-Süß. Finde ich interessant. Ja, Fazit. Die beiden tollen Flaschen hier mit dem Namen Evermann, Blended Whisky, Single Malt Whisky. Es sind milde Geschichten. Es sind einfache Geschichten, die eine gewisse Komplexität zeigen, aber nicht komplex an sich sind. Ich meine, sie sind auch nur drei Jahre alt. Was man sagen muss, und da wiederhole ich mich, für das lächerliche, reife Alter von drei Jahren sind die unfassbar gut gemacht. Man hat hier keine Fehlnot, man hat keine alkoholische Schärfe. Die sind sowas von gesetzt und weich und mild und rund. Respekt. Also das gefällt mir. Und sie zeigen auch eine gewisse Komplexität, die jetzt auch nicht schottisch kopiert ist. Also der Blend schmeckt nicht wie ein schottischer Blend. Der Single Malt schmeckt nicht wie ein schottischer Single Malt. Es ist eine eigene DNA mit drin, die deutsche DNA, die auf die verschiedenen Fässer zurückgreift, die die Schotten gar nicht verwenden dürfen. Das macht die Whiskys eigen. Das feiere ich pauschal. Du kriegst hier auch ein ordentliches Gebinde in 0,7. Du kriegst hier ehrliche Whiskys, die nicht gefärbt sind. Und du kriegst sie zum schmalen Thaler. Also wer noch nie einen deutschen Whisky im Glas hatte und will nur 20 Euro ausgeben, der macht mit dem Blend nichts verkehrt. Ich werde mit dem Nachgang auch nochmal einen schönen Drink damit mixen, weil es mich einfach interessiert, wie der Whisky sich auf den Drink an sich auswirkt als Komponente. Und wer mal einen Single Malt Whisky aus Deutschland probieren will für 33 Euro, der macht auch mit diesem milden Wilhelm Ebermann nichts verkehrt. Wie gesagt, keine komplexen Whiskys. Mild, einfach, aber durchaus schön. Und die zeigen mal, wo die Reise hingeht. Also ich bin gespannt, was da von Bimmerle noch kommt. Und die haben extrem viel vor. Also gerne mal ausprobieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!